Man muss sich erst immer noch daran gewöhnen. Bastian Schweinsteiger im Look von Manchester United. Er ist wieder in Deutschland, aber nicht in München, sondern in Wolfsburg, zum letzten und entscheidenden Gruppenspiel der Champions League. Gut fünf Monate ist Schweinsteiger jetzt auf der Insel. Er ist anerkannt und doch konnte er bisher nicht völlig überzeugen. Louis van Gaal, der ihn nach Manchester holte, hat ihn jetzt erstmals heftig kritisiert. Man habe noch nicht den Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern gesehen, so der Trainer. Natürlich musste ich mich erst an die Premier League gewöhnen. Natürlich kann man in jedem Spiel noch besser werden. Das ist mein Ziel, einmal in meinem Leben das perfekte Spiel zu zeigen. Aber das ist unmöglich. So versuche ich immer, das Beste zu geben. Ich versuche, das Beste für den Klub zu geben und für meine Teamkollegen. Auf der Insel gilt aber nicht Schweinsteiger als Grund dafür, dass Manchester Woche für Woche spielerisch nur wenig überzeugend auftritt. Langweilig sei der Fußball, meinten ehemalige United-Größen wie Paul Scholes. Das 0 zu 0 gegen West Ham United am vergangenen Wochenende war bereits das fünfte torlose Unentschieden in zwei Monaten. Von den ersten sechs Teams in der Liga hat Manchester am wenigsten Tore erzielt. Wissen Sie, es ist doch so, wenn wir auf dem Feld stehen, wollen wir das Spiel gewinnen und ein Tor schießen. Und wir arbeiten hart in der Defensive. Ich denke, gerade unsere Abwehr macht einen unglaublichen Job. Und wenn Sie unsere Spiele sehen, dann stellen Sie fest, dass wir in jedem Spiel gute Torchancen kreieren. Es ist ein Mix aus einigem, warum wir wenige Tore machen. Aus dem letzten Pass, aus dem ersten Pass. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Wir müssen noch entschlossener sein, das Tor zu erzielen. Trotz allem steht Schweinsteiger mit seiner neuen Mannschaft noch immer recht gut da. Ich denke, uns fehlt nur so viel, in einer guten Position zu sein, ebenso in der Premier League. Wenn wir unsere Chancen besser nutzen würden, wären wir vielleicht sogar die Nummer eins in der Liga und hätten fünf oder sechs Punkte mehr. Dann würde keiner über unsere Torausbeute reden. Es fehlt nur so viel. Ich bin überzeugt davon, dass wir das verbessern werden. Hoffentlich schon Dienstagabend. In Wolfsburg braucht Manchester United einen Sieg, um ganz sicher weiterzukommen. Eine Versetzung in die Europa League wäre für den Klub eine riesige Enttäuschung, ja fast peinlich. Schweinsteiger hat schon viele enge und wichtige Spiele bestritten, als dass ihn das noch groß belasten würde. Nein, wir haben keinen großen Druck. Wir sind hier in Wolfsburg. Wir kennen die Tabellenkonstellation. Natürlich wissen wir auch, dass wir ein gutes Ergebnis brauchen. Wir konzentrieren uns auf unsere Leistung und darauf, wie wir Wolfsburg schlagen können. In Manchester ist uns das gelungen. Wir gewannen 2 zu 1 und nun wollen wir es wieder so machen. Natürlich wird das hier nicht so einfach wie zum Beispiel im Old Trafford, aber es ist eine Herausforderung und wir werden auf eine Probe gestellt. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Wer Schweinsteiger so sieht und auch so hört, der spürt, dass er sich wohlfühlt auf der Insel, trotz aller Anfangsschwierigkeiten.